Also, dann mache ich das jetzt auf. Ich bestelle mir jetzt mal so ein 5000 Euro Pack, okay? Und dann mache ich das hier live auf. Ich mache jetzt das Pack auf. Das ist ein Deal, oder? Machen wir den Deal. Wir machen jetzt das Opening. Und wenn da nichts Gescheites drin ist, der Domi, dann haue ich die Karten hier ins Eck. Also, das muss man ganz vorsichtig hier aufmachen. Da war irgendwas. Das habe ich mal so gesehen halber. Aber was juckt mich das? Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Halt sie bitte wie ein Babycrasher. Das zerreißt mir das Herz, wie du mit den Karten umgehst. Wieso? Wie soll ich die anfassen? Wie soll ich denn die anfassen? Also, die hier weg. Ja, die hier weg. So, das Bild nach oben. Also, ich fasse das ganz vorsichtig an. Ja, ganz vorsichtig, Leute. First Edition. Soll ich hier eine 1 mit dem Edding draufmalen? Dann haben wir die First Edition. Also, ich mache es ganz vorsichtig. 4, ja? 1. Ach, ich weiß nicht, Leute. Das ist ja echt... Das ist ja schlimmer, wie Kinder kriegen hier. Ganz ehrlich. Jetzt fliegt die gleich noch runter. Dann leere ich noch Cola drüber. Draufgespuckt habe ich bestimmt auch schon. Aber ist mir jetzt egal, Leute. So. Jetzt. So. So. Oh, ich habe es geschafft. Also, ich verdiene morgen mein Geld mit Pokémon verbrennen. Ja? Ich mache mir hier so eine Eisentonne. Mache ich Lagerfeuer. Wisst ihr, was die Leute im Kopf haben, wenn sie so etwas aufmachen? Ja? Kennt ihr das? Die machen das so. Mh, Kohle. Mh, Geld. So. Äh, alt, 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 alt. Oh. Oh, alt, alt, alt. Also, die kommt weg. Oh. Ich habe vergessen, meine Hände noch einzucremen. Wir machen ganz vorsichtig. Ja. Ganz vorsichtig. Ja. Oh. Was ist das denn? So, Leute. Ganz vorsichtig das Vieh anfassen. Das ist unter Naturschutz. Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh hier? So, dann schauen wir mal hier. Ja? Jetzt machen wir hier mal Kartenopening. Ein Euro Karte. Boah. Voll geil, Alter. So, jetzt. Crashos, ein erstes Opening auf diesem Game Center VS Kanal. Ja? So. 1,20 Karte. Boah. 1,20 Euro, Leute. Wir haben 1,20 Euro Karte. Warte mal. Wir können Tesa. Genau. Wir machen Tesa. Dann kann ich das besser. Am besten so draufkleben. So. Ja. So. Genau. So kleben wir mal das drauf. Ja? Und dann können wir das ja so aufmachen. Ah. Das geht viel besser. Ja. Das geht doch viel besser, Leute. Wuh. Wuh. So. Jetzt habe ich es. So muss man das machen. Jetzt habe ich es. Oh. So. Ich sammle ab morgen Pokémon-Karten, Schatz. Machen wir schon mal zu Hause den Tisch frei. Oh. Jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt wird es spannend. Oh. Kenn ich den? Wer ist das? Also, die sollten auch mal ein bisschen für Blinde die Schrift größer machen. Also für mich ist das nicht. Wir gucken mal, ob wir reich werden. Aha. Die Pupsblase. Oh. Oh. Äh. 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 Der Glurak in rot. Eine Holo-Karte. Sag mir bitte jemand. Sag mir bitte jemand. Das Ding ist 2000 Euro wert. Bitte. Bitte. Sag mir einer. 2000. Ich brauche noch einen Rechner. 1,7. Aber der Wert steigt noch. Okay. Also, ich habe es behutsam. Der Popel-Pokémon. 100.000. 3000 im Kont... Oh. Alter. Jetzt wird es spannend. Bloß nicht ziehen. Nicht fallen lassen, Grasho. Nicht fallen lassen. Oh. Das Erzgebirge. Ah. Cool. Es hat wieder Spaß hier gemacht. Mit dem Opening mit euch. Ihr seid so geil, Leute. Nächstes Mal machen wir Mau-Mau-Opening. War das nicht geil, Leute? War das jetzt nicht geiler Opening? Ganz ehrlich. Morgen gehe ich mit Pinzette. Ich ziehe mir einen Doktoranzug an. Ich nehme Mundschutz, dass ich die Karte nicht voll spucke. Dann werde ich mir eine Klimaanlage einbauen lassen, dass ja kein Schwitzen kommt. Mit dass das Ding nachher noch den Coronavirus kriegt. Was denkt ihr, wenn die Viecher dann irgendwelche solche Tierkrippen kriegen? Dann wäre das ja schon schlimm. Also von dem her, lassen wir es so, wie es ist. Ja, Laminiergerät. Also morgen kriegt ihr die Karten laminiert. Ja, darfst du hochladen. Musst du halt schneiden. Vielen Dank für alle, die da waren, Leute. Haut rein. WOOOOO WOOOOO WOOOOO